Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was? Ich hoffe. Das ist ein Bock. Eine Gemüsepfanne. Um etwas Zeit zu spannen, kann ich mir hier schon etwas vorbereiten. Sehen Sie, wie herrlich das geschnitten ist? Alles saisonell angepasst. Und so, was ich über Küchen-Chakas sagen würde. Mit Küchen-Chakas ein. Unser Küchen-Hilfe. Kommi der Cuisine. Chef der Cuisine. Seit wann? Ich bin irgendwie bei einer gekommen. In der Sommer stehen wir da. Wir machen sich wohl die Show voll. Bei mir ist es ein paar Ableige Blödsinn. Woher ich eine Röhne beteite? Das ist jetzt nicht so unser Doktor. Das wäre eine schöne Dirk. Die Welt betreut. Das war's für heute. Alle dauch, alle dauch. Ja, ständig schreibt mir Weiberlein, die überhaupt nicht kennen. Die Gilly ruft gerade an. Wie schaut's aus, Papa? Sollt ihr die zum Arzt bringen? Der Virus, da läuft ja alles kreuzen quer. Die Gilly ist so schön. Die Gilly ist super. Die Gilly ist so schön. Die Gilly ist so schön. Die Gilly ist so schön. Halt auf! Ich kann nicht mehr. Ich hab's mal auf, was du da an. Jummi! So jung wie auch bist du schon? Könnt ihr jetzt? Halt auf, was deine Doppel ist. Der vorher hat Bisse, verstehe ich schon Bisse. Halt, der ist vorhin gespürt. Der flach ist super. Der flach ist so schön. Der flach ist so schön. Wie hat meine Eltern irgendwie gesagt? Du machst es auch an, ich glaube. Der flach ist so ein bisschen. Das ist ein Schwarz-Gemann. Der flach ist so. Soll ich den Steckhauppel anspitzen? Oh, ja. Der Benni hat ein Sackmesser und jetzt ein bisschen spitzen. Hast du einen? Hast du keine Mama? Ich kann auch so viel sagen. Nein, ich hab leider für heute noch einmal gedacht. Wo ist das denn? Schöler, Schöler. Jetzt haben sie es in der Zeitschrift. Nein, da bin ich. Die Nacht versteckt eigentlich. Nein, das ist wohl schon nicht schlecht. Eigentlich ganz gut. Jetzt kommen wir noch ein paar. Hier. Ist es? Ja. Nein, die Beine. Die Beine. Die Beine. Die Beine. Die Beine. Die Beine. Bin Ça weg ... Die Beine. Die Beine. Die Beine. Die Beine... Untertitelung des ZDF, 2020